Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch dieses kleine Hütchen für den Weihnachtsbaum oder sonst irgendwo anzuhängen basteln. An der Unterseite habe ich ein kleines Kugellicht angeklebt und dann am Weihnachtsbaum leuchtet das Hütchen. Für diese Arbeit benötigen wir Filzstoff oder ich habe hier wieder Thermolan. Ist ja so ähnlich wie Filz. Eine Tasse für die Rundung. Habe ich hier schon vorgezeichnet. Dann brauchen wir das Teil, was nachher hier drauf gestellt wird, um die Erhöhung und noch ein Stückchen, um den Hutdeckel abzuschließen. Ihr benötigt weiterhin Zierstoffe. Ich habe hier einmal oben den Hut abzuschließen, zweimal für die Umrandung, also beide Seiten werden beklebt und zweimal für die Hutkrempel oben und unten bekleben. Knickt euch den Kreis und findet so eure Mitte. Ich habe hier den Punkt angezeichnet und jetzt zieht ihr mit einem Zirkel oder macht frei Hand, schneidet ihr euch einen kleinen Kreis aus, der nachher die Erhöhung darstellt. So sieht das jetzt aus. Nehmt nun eure Teile, die größeren Teile und schneidet zweimal hier in der Mitte das aus und hier ringsherum ab. Und klebt diese Teile dann oben und unten auf. Bevor ihr den Zierstoff aufklebt, bringt euch noch den Haken oder den Aufhänger an. Den legt ihr unter den Stoff und klebt den den Stoff darüber fest. Das ist dieser Aufhänger. Nun passen wir uns das schmale Stück diesem Kreis an, legt es rum, messt ab und schneidet euch die Länge zu und beklebt jetzt beide Seiten mit diesem schmalen Stoff und schneidet alles dann gerade ab. So sieht das jetzt aus. Zusammengeklebt hier, aufgeklebt und jetzt schneidet oder klebt ihr zuerst den Deckel, beklebt euch mit Stoff, legt den auf, klebt den hier oben drauf fest und schneidet euch danach den Kreis zurecht. Diese kleinen Kugellichter habe ich im Internet gekauft und die kann man sich oder also wenn man möchte einkleben, damit das Hütchen dann noch leuchtet. So sieht das Hütchen jetzt aus. Nun könnt ihr weiter dekorieren, weihnachtlich oder wofür ihr das Hütchen braucht, aber die Grundlage ist so jetzt gelegt und ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Macht's gut, bis zum nächsten Video.